Three Chapters vereint quasi drei Spiele in einem. Ein Stichspiel, ein Drafting-Spiel und Fantastische Reiche in ein bisschen weniger komplex. Das Spiel möchte ich euch heute vorstellen. Auf geht's! Ja, Three Chapters von Amigo ist eine Herbstneuheit. Das Ganze ist für zwei bis sechs Spieler, dauert ungefähr 30 Minuten und ist ab zehn Jahre. Das Ganze ist wie gesagt so eine Mischung aus Fantastische Reiche, ein bisschen in abgeschwächter Komplexität. Es ist ein halbes Stichspiel oder ein Viertelstichspiel, sag ich mal, und es hat auch noch einen Drafting-Mechanismus. Das Ganze ist ein Familienspiel und ich glaube, es könnte ein kleiner Hit werden in dieser Familienspielriege, zumindest so, was diese Kartenspiele angeht. Ich erkläre euch ganz kurz die Regeln und dann sehen wir uns mit einem Fazit wieder. Ich erkläre euch das Spiel einmal anhand einer Vierspielerpartie. Das gehen wir einmal im Schnelldurchgang durch. Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3, Spieler 4. Jeder Spieler bekommt acht zufällige Karten und die restlichen Karten, die braucht ihr beim Vierspieler- oder Mehrspieler-Spiel nicht. Im Dreispielerspiel läuft das ein bisschen anders. Das müsst ihr dann nochmal einmal genau nachschauen. Dann haben wir hier noch ein paar Punktemarker. Die Sterne, die sind zwei Punkte wert, die Herzen sind ein Punkt wert und die Kristalle, hier die grünen Edelsteine, sind einen halben Punkt wert bzw. zwei sind genau einen Punkt wert. Halbe Punkte gibt es nicht. So, und jetzt fangen wir in Kapitel 1 an. Chapter 1 und dann gehen wir in Chapter 2 und dann gehen wir in Chapter 3. Chapter 1 läuft so ab, dass jeder sich seine Handkarten anguckt und sich eine von diesen Handkarten aussucht und diese verdeckt vor sich hinlegt. Wir ziehen nämlich in Chapter 1 jetzt insgesamt sieben Karten in einem Drafting-Mechanismus. Das heißt, man guckt sich seine Handkarten an, legt eine verdeckt und gibt den Stapel im Uhrzeigersinn an den nächsten Spieler. Das heißt, das würde jetzt jeder Spieler machen. Der Spieler sucht sich auch eine Karte, gibt den an den Spieler weiter, den Stapel. Der sucht sich auch eine Karte, gibt dann an den weiter, der sucht sich eine Karte aus. Und gibt den Stapel an diesen Spieler weiter. Das machen wir so lange, bis jeder Spieler sieben Karten hat. Immer im Uhrzeigersinn weitergeben, die letzte Karte wird abgeworfen. Das heißt, ja, wir wollen sieben Handkarten haben. Dann startet das Chapter 2. Beginnen tut der Spieler, der als letztes einen Hasen gesehen hat. Oder ihr wählt die Spielereihenfolge einfach zufällig aus. Der beginnende Spieler sucht sich eine von seinen Handkarten aus, die er natürlich die ganze Zeit sehen kann. und spielt diese Karte offen in die Mitte. Zum Beispiel spiele ich hier Baba Jaga. Der nächste Spieler sucht sich auch eine von seinen Handkarten aus und spielt diese in die Mitte. Es gibt keinen Bedienzwang. Es gibt einfach nur, ja, man kann einfach eine beliebige Karte spielen. Natürlich passiert das, je nachdem, was man spielt, passieren unterschiedliche Dinge. So, jetzt haben wir hier vier gespielte Karten in der Mitte. Und nun werden die Kartenwerte hier verglichen. Und derjenige, der den höchsten Kartenwert gespielt hat, der gewinnt quasi diesen Stich. Der bekommt einen Stern. Der ist zwei Punkte wert, wie gesagt. Und dann werden alle Kartenfähigkeiten, die hier in diesem Stich vorhanden sind, ausgeführt. Das heißt, ja, dieser Spieler hier bekommt ein Herz pro anderes Geistattribut. Ja, niemand hat einen Geist gespielt. Das heißt, er bekommt nichts. Dieser hat gespielt einen Edelstein pro einen Wert von 41 bis 50. Das heißt, ja, jede Karte, die 41 bis 50 zeigt, würde ihm einen Edelstein bringen. Da wir hier eine 45 haben, bekommt er hier einen Edelstein. Er hat hier eine Karte gespielt, die mit einer anderen Karte bedingt ist. Das heißt, wenn mit die Schöne, also die 20er Karte, dann würde er ein Herz bekommen. Die Schöne ist aber nicht zu sehen. Das heißt, er bekommt nichts. Und er würde ein Herz pro Spitzhacke bekommen. Es liegt keine Spitzhacke auf dem Tisch. Das heißt, er bekommt auch nichts. Dann geht die Karten zurück an die jeweiligen Spieler in die offene Auslage. Und dann wird eine neue Runde gespielt. Und derjenige, der den Stich eben gewonnen hat, der den Stern eingesammelt hat, der spielt als erstes wieder eine Handkarte aus. Und dann haben wir quasi das gleiche Spiel. Im Uhrzeigersinn geht das dann. Jeder spielt eine Karte aus. Natürlich nicht die oberste, sondern einfach eine bestimmte, die er aus sich ausgesucht hat. Und dann geht das so lange, bis wir alle keine Handkarten mehr haben. Am Ende des zweiten Kapitels hat also jeder sieben Karten vor sich liegen. Keine Karten mehr auf der Hand. Damit ist das zweite Chapter beendet. Und dann beginnt das dritte Chapter. Und das bedeutet einfach, ihr könnt alle eure Karten, die ihr habt, noch einmal auslösen in beliebiger Reihenfolge. Also die Kartenfähigkeiten auslösen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Bedingungen erfüllt, bekommt ihr noch weitere Herzen, weitere Edelsteine, weitere Sterne gibt es nicht, weil Sterne gibt es hauptsächlich. Naja doch, es gibt auch welche mit Sternen. Und dann wird nochmal geguckt, wer die meisten Kristalle hat. Derjenige, der dann die meisten Kristalle hat, bekommt nochmal vier Extrakristalle, also nochmal zwei Punkte zusätzlich. Und dann wird geguckt, wer die meisten Punkte gemacht hat, indem ihr eure Punktemarker zählt. Wichtig, ihr müsst darauf achten, welche Karten in welcher Phase ausgelöst werden. Denn grundsätzlich ist es so, jede Karte wird einmal in dieser Stichphase, also in Chapter 2 ausgelöst, und in Chapter 3, wenn ihr am Ende nochmal eure Kartenfähigkeiten auslöst. Aber es gibt einige Karten, die nur in Chapter 2 oder 3, also in Chapter 2 oder 3, in Kapitel 2 oder 3 ausgelöst werden. Das sind zum Beispiel diese beiden Karten hier, der gierige Zwerg. Da bekommt man zwar in beiden Phasen einen Edelstein, aber hier diese untere Fähigkeit, die gilt nur in dem dritten Kapitel. Und bei diesem ist es so, diese Fähigkeit, die zählt nur im zweiten Kapitel. Das ist quasi, ja, verhindert, dass andere Herzen oder Edelsteine in dem Stich bekommen. Genau, und darauf müsst ihr nur achten. Und ansonsten ist es quasi, ja, das einfache Kapitel 1, 2 und 3 durchgehen und am Ende die Punktemarker zählen. Das waren die Regeln zu Three Chapters. Wirklich relativ einfach, muss man sagen. Die Karten sind auch nicht kompliziert. Das ist alles einfach zu verstehen. Ich finde die Illustrationen wirklich klasse, muss ich sagen. Die einzelnen Märchenfiguren. Teilweise habe ich das Gefühl, sie sehen alle so ein bisschen anders aus, als man sich die vorstellen würde oder als man sie kennt. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Ob das, gut, mit Alice kenne ich mich nicht so aus. Aber, also ich finde zum Beispiel irgendwie das Einhorn, ist das nicht ein bisschen fett? Ist es nicht ein bisschen fett? Ich finde es ziemlich witzig tatsächlich. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Oder auch hier die Seeschlange, die so ein bisschen verplant aussieht, die man ja vielleicht auch ein bisschen böser irgendwie erwarten würde oder irgendwie in seinen Vorstellungen hat. Also das Ganze ist einfach sehr verniedlicht und sehr lustig gezeichnet, muss ich sagen. Auch Alice hier irgendwie... Alice ist das so ein... Alice ist so ein leicht angehauchter Emu. Darf man das überhaupt auch in Deutschland sagen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ja, irgendwie finde ich irgendwie witzig. Coole Illustrationen. Spielerisch, ja, relativ eingängige Regeln. Habt ihr ja gesehen. Wir spielen... Wir draften erst Karten. Wir spielen eine Karte. Das machen wir so lange, bis wir keine Handkarten mehr haben. Und dann triggern wir nochmal alle Effekte. Also Karo einfällt. Das kann wirklich jeder. Und jetzt muss man natürlich den Vergleich zur Fantastische Reiche anstellen. Es geht halt nicht anders, weil es sich an dem gleichen Mechanismus bedient. Nämlich diese Punkte... Dieser Punktemechanismus und dieses Bedingen von... Ja, von diesen Fähigkeiten untereinander. Und das ist natürlich wirklich sehr simpel, muss man sagen. Also für Kennerspieler würde ich sagen, ist es tatsächlich nichts. Weil nach der zweiten, dritten Partie ist es halt einfach langweilig. Beziehungsweise nach der zweiten, dritten Partie ist es halt einfach klar, was geil ist und was halt nicht geil ist. Geil ist halt, jede Runde den Stich zu gewinnen. Möglichst viele hohe Karten zu haben, weil jeder Stich zwei Punkte wert sind. Ich spiele auf jeden Fall acht Karten, im Drei-Spieler-Spiel zumindest. Das sind dann schon mal 16 Punkte, die ich einfach so habe. Nur durch die Stiche. Das ist schon relativ viel für... Ich habe noch gar keine Karteneffekte getriggert. Und dann ist natürlich noch geil, die Kombi mit... Ich habe nur die Karten von eins bis neun und habe den... Die Karte... Ich kriege noch was, wenn ich gar keine Stiche gewinne. Das ist auch relativ stark. Vor allen Dingen, wenn man dann noch irgendwie auf Kristalle geht. Weil man am Ende, wenn man die meisten Kristalle hat, noch mal vier Kristalle kriegt, was noch mal zwei Punkte sind. Ja, das... Ich glaube, das ist so, dass man das nach einer zweiten, dritten Partie als Kennerspieler raus hat und dass es dann nicht mehr so cool ist. Außer man spielt das halt mit Leuten, die das vielleicht auch alle wissen. Dann kann das vielleicht noch cool sein, weil man sich dann gegenseitig die Karten noch wegnimmt und dann viel mehr Interaktion beim Drafting erherrscht. Das finde ich noch ganz cool. Ich finde, es hätten noch ein paar mehr andere Effekte sein können. Dieses mit eine Karte bedingt die andere ist schon okay. Hänsel und Gretel oder Tweedli und Tweedledum oder wie sie heißen. Aber sowas wie, wenn du das und das auf der Hand hast oder dieses Attribut und dieses Attribut, gibt noch mal den und den Effekt. Oder auch das mit dem Blockieren von Fantastische Reiche, das fehlt halt hier komplett. Hier haben die Karten einfach gar keinen Wert. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen vereinfacht, weil dieser Stichwert nicht zu den Punkten dazu zählt, sondern hohe Karten haben halt einfach den Vorteil, dass man den Stichgewinn dadurch zwei Punkte erlangt. Aber sie haben halt sonst keine Fähigkeit und bringen halt sonst auch gar keine Punkte. Das heißt, dieser Kartenwert bringt halt nur in diesem Stichspiel was. Das ist okay. Es funktioniert wahrscheinlich auch anders nicht, aber das muss man halt bedenken. Ja, ansonsten, ich finde es geil, also ich finde es gut irgendwie thematisch eingebettet. Dieses, okay, ich stelle mir mein cooles Märchenteam zusammen und dann habe ich irgendwie Hänsel und Alice, die zusammen irgendwie versuchen, die meisten Punkte zu holen. Das funktioniert irgendwie ziemlich cool. Nur verstehe ich irgendwie diese Aufteilung im Kapitel nicht. Ja, es ist halt so ein bisschen dieses Märchenbuch darstellen, aber irgendwie aus dem, das zweite Kapitel ist halt irgendwie, wir spielen das Stichspiel. Das erste Kapitel ist, das wir draften. Und das dritte Kapitel ist einfach nur, wir triggern nochmal alle Fähigkeiten. Ja, kann machen. Also muss ich aber sagen, hätte man auch einfach lassen können. Man hätte es auch einfach Märchenhelden nennen können oder weiß ich nicht. Aber grundsätzlich für ein Familienspiel, muss ich sagen, hat es mir extremst gut gefallen, wenn man bedenkt, dass man, also man muss es halt immer im Hinterkopf haben. Es ist nur ein Familienspiel. Es ist kein Kennerspiel. Es ist kein Fantastische Reiche. Es soll nicht so komplex sein. Es soll viel eingängiger sein, viel leichter sein, auch die Punkte zu zählen. Es ist viel leichter, die Punkte zu zählen. Und das macht total Sinn mit den Markern, dass man die während des Stichdings auch einsammeln kann und nicht, dass man am Ende irgendwie eine Kartenhand hat. Und da muss man irgendwie gucken, okay, welches geblockt, welches nicht. Und das kann man bei Fantastische Reiche ohne die App schon fast gar nicht mehr machen. Da funktioniert das viel besser. Hat mir richtig gut gefallen. Ist auf jeden Fall für jeden, für jeden, dem Fantastische Reiche grundsätzlich ganz gut gefällt, für den es aber ein bisschen zu komplex ist. Es ist ein Muss, würde ich sagen. Und ansonsten für jeden Familienspiel-Fan, ähm, was so kleine Kartenspiele angeht, auch ein Muss, weil es einfach in Familienspielen diesen Mechanismus, glaube ich, nicht gibt. Diesen Fantastische Reiche-Mechanismus. Ja, grundsätzlich tolles Game. Daumen hoch. Das war's mit dem Video zu Three Chapters. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht ist das Spiel was für euch. Vielleicht ist das Spiel nichts für euch. Vielleicht gefällt es euch nicht so gut, wie es mir gefällt. Habt ihr es schon gespielt? Schreibt auf jeden Fall mal gerne das Feedback in die Comments, falls ihr es schon gespielt habt. Ich bin sehr gespannt, was ihr in dem Spiel gut und was ihr vielleicht nicht so gut findet. Und ansonsten würde ich mich natürlich über eure Unterstützung hier auf meinem Kanal freuen. Lasst einfach einen Daumen nach oben da. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Macht die Glocke an. Und ja, da verpasst ihr kein weiteres Video mehr hier. Ich stelle euch ja noch viele weitere Herbstneuheiten vor. Ja, und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, dann schaut auch gerne noch hier ein weiteres Video. Ich hatte hier zwei Vorschläge. Hier oben einmal und hier unten einmal. Da ist sicherlich was dabei für euch. Und ansonsten stöbert einfach mal auf meinem Kanal. Ich habe viele weitere Brettspiel-Videos. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.